So, wieder so einer. Und jetzt machen wir es mit normal. Vor allem, er hat nicht viel Mana regeneriert, dadurch, dass er jetzt Hunger bekommen hat. Deswegen nutze ich das überschüssige Schneckenteil mal. Ich bin zum Beispiel auch nicht an die Truhe rangekommen. Da kann ich nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Okay. Skate Cloak. Du hast einen Huntsman's Cloak. Da will ich allerdings auch mehr wiegen, also kriegst du mal den Skate Cloak. Wingy respawnen wir nicht. Repetitschild ist okay. Emerald Key. Und noch ein Poison Shield. Und das nehmen wir einfach aufs Prinzip mit. Die Wingyves brauchen wir nicht. Nur ist das hier ein bisschen schon schwer für ihn. Jetzt mal kurz nachgucken. Und dann habe ich hier was geöffnet. Ne. Ne. Hier ist absolut nichts mehr. Außer ein Milkweed. Das heißt, ich kann jetzt Iktrasil verlassen mal wieder. Weil hier hin scheine ich von nirgends zu kommen gerade. Da muss ich irgendwie von der anderen Seite hin kommen. Also von hier irgendwo. So ganz zum Glück nicht durchs Gitter giften. Nö. So, das war jetzt nach Südosten. Ah, Iktrasil ist 17 und ist die letzte Ebene. Okay, dann haben wir ja schon die Hälfte der Ebenen ungefähr. Ja, das habe ich mir jetzt auch angeschaut. Das Ding hatte ich auch schon offen, gell? Ja. Hm. Hm. Achso, hier geht's hoch zu dem Dings. Äh. Wo geht's hier hoch? Ach, hier hin. Gut. Ah, gut. Sie hat noch genug Mana, um das ein paar Mal zu sprechen, während wir zum Blauen Kristall gehen. Jetzt sehe ich diese, den Globus nicht mehr. So. Ein nutzloses Buch. Das war der falsche. Das ist der richtige. Also was, dann kriegst du mal den Sack hier. Sie, oh, ich habe ja sogar den falschen Bogen gegeben. Ja, der kann jetzt hier bleiben. Und in den Sack können die Geschosse und die Armbrust rein. Und ich muss wieder Fackeln rein sammeln. Sie hat nur noch eine. So, du behältst fast alles, was du hast. Den, da legst du ab. Resist Poison, resist Poison, resist Poison. Ja, ich will irgendwann mal ausprobieren, was passiert, wenn man so ein Poison-Ding überlebt. Dazu bräuchte ich aber bei ihm. Mindestens 30 auf Poison. Oder 32. Also noch 12 Punkte. Also 2 Punkte hier, 2 Punkte hier. Und dann gucken wir mal. So, ansonsten habe ich ausgemistet. Essen kommt alles mit, weil wir brauchen alles an Essen, was wir haben. Ja, und gegen die Ur-Guardians hilft leider nur Eis, kein Feuer mehr. Ups. Ja, aufpassen. Ich habe es mir nämlich gedacht, dass hier 2 sind. Autsch. Autsch. Ja, gut. Verhält sich aber wie ein Standard-Uhr-Guardian. Stirbt relativ schnell. Kann nur relativ viel austeilen. Wenn ich zu viel Gebrennen höre, kriege ich Panik. Au. 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 Habe ich zufällig, äh, Feuershield? Ich habe 2 Scroll of Haste und 2 Scroll von dem anderen, aber ich habe kein Feuershield. Das kostet 60. Wie viel kostet der, äh, Forst Bolt? 30 gerade mal. Habe ich was anderes, was weniger kostet? All Shards 24 Regeneration. Enchant Forst Arrow. Müsste aber, äh, wenigstens mehr Damage bei den Ur-Guardians machen. Und mehr Damage ist schon mal ein Vorteil für uns. Weil, ich glaube, Giftpfeile machen bei denen kaum mehr Damage. Ich höre dich. Na, wirklich, viel mehr Damage ist das jetzt nicht. Aber du bist wenigstens schon mal tot. Ja, ja, mit dir kann ich ruhig dieses Spiel spielen. Äh, ich sagte, ich will mit dir dieses Spiel spielen. Ähm. Und weg hier. Ich müsste ihnen vorne eigentlich auch was zu essen geben. Damit sie wieder Damage machen. Und sich heilen. Ich glaube, wenn ich da merke, dass da noch mehr Ur-Guardians gleich kommen. Bleibt mir wohl nix anderes übrig. Vor allem ist null Schaden. Nichts so das wahre. Denen, was in den Magen geben. Das Licht vor allem mal wieder anmachen. So, Zeug nicht in der Gegend rumliegen lassen. Weil ihr beide sieht jetzt gut aus. Ihr beide sieht jetzt nicht so gut aus. Ähm. Hier haben von euch ein Mold-Jerk hier. Das müsste reichen. So. Weil bis jetzt haben wir noch nicht viel Fortschritt gemacht in die Richtung. Wir haben gemerkt, dass der Palast zu manchen Zeiten ziemlich kalt werden kann. Also haben wir einen Ort gefunden, wo du dich warm halten kannst. Ähm. Ähm. Das macht mir Angst. Das sieht nämlich wieder mal aus wie so ein Battle Room. Und da rozmessieren. Yeah. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020